Jetzt wird mir das Wasser wieder so schlecht. Na egal, geht mir jetzt egal. Ernsthaft. Wie ist der da? Ja, Justin ist 20, 25 nach da. Hat er mir gerade geschrieben gehabt. Wow, ausgesperrt. Du dich oder was? Ja, im Minenschacht. Sieht richtig geil aus mit den Türen. Ich kann mich nicht beschweren. Das sieht richtig nice aus. Außer wenn wieder Wasser von oben runter kommt. Ach stimmt, Justin hat Traum. Kein gar nichts. Was brauchst du denn? Ne, ich mein, also ich hab mal für den Gott geschaut. Der hat wirklich keine Fenster, keine Tür, gar nichts. Ja. Also. Tür. Hier zumachen. Ähm. Warum sind wir von 2 auf 3 breit gegangen mittendrin? Hä? Hä? Warte mal. Da 1, zu, zu. Da 1, zu, zu. Da 1. Ja. Wir sind mittendrin immer auf 3 Plätze zwischendrin. Zugegangen. Hä? Ich, 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 das ist mir grad zu hoch. Irgendjemand hat sich bis Bedrock runter gegraben. Mhm. Das finde ich nicht. Definitiv nicht. Äh. Und anstatt dort wieder schön zuzumachen, hat er es offen gelassen. Gut, Justin. Das sieht dann immer so scheiße aus. Obwohl, ganz ehrlich ist, das sieht nie schön aus. Ne, aber da, wo wir zum Beispiel lang fahren, sollte schon einigermaßen passabel aussehen. Vor allem, wo ich jetzt die Türen setze. Ja, klar. 1,5 Herzenabzug läuft. Ja, allein. 1,5 Herzenabzug. Normalerweise denkt ja jeder, du hast 1,5 Herzen. Äh, nur noch. Ja. Das hat sich jetzt geändert. Anstatt so viele Herzen zu haben, werden die mir jetzt abgezogen. Oh, hier ist meine Tür ab sofort. So und so. Nee, so. Hä? Warte mal. Das frage ich mich, Eik. Mitten in unserem Eingang steht ein Skelett. Das ist von oben runter gefallen. Ich muss dort noch Glas setzen. Tut mir leid. Ich bin da. Ich kann halt Uli alles auf jeden mal machen. Dann baut man das doch erstmal wieder zu. Nein. Boah. Dort soll Glas hin kommen. Ich setze doch nicht Cobblestone und baue den dann wieder ab, um Glas hinzusetzen. Gibt es mir die Reparaturpunkte dann wieder für die Picker? Das juckt mich doch nicht. Sicherheit geht vor. Boah. Nee, da guck ganz. Nee, leck mich jetzt. Nö. Ich geh jetzt nicht mehr da runter. Kümmert ihr euch jetzt um die Mine. Nö. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu blöde. Ich will es einigermaßen schön haben und dann wird nur rum gemeckert und... Komm zurück bitte! Weißt du was da los ist? Dein halber Gang wird gerade in die Luft gejagt. Dann reparier es, weil wenn es jetzt in die Luft fliegt, dann nur weil du dort unten bist. Klar, weil ich da unten bin, weil es eine öffentliche Mine ist. Dann reparier es wieder. Ich reparier es auch, aber es kann doch nicht sein, dass du eine Mobfarm draus machst. Was für eine Mobfarm? Zwei Skelette, drei Creeper. Woher soll ich wissen, dass da so viele Mobs auf eben auch runter kommen? Ich habe ein Skelett gehört. Da ist ein Minenschacht über uns. Dann leuchtet den aus. Sagt der Richtige mit Optifine. Ich leuchte doch immer aus. Willst du mich verarschen? Ich habe mittlerweile auch immer überall ausgeleuchtet. Ja, aber Justin hat keinen Optifine drauf. Du auch? Nee. Nee. Also bist du der Einzige, der nicht ausleuchten könnte. Ich habe ausgeleuchtet. Jetzt darfst du mir auch noch einen Folgentitel nennen. Wenn ich die Folge hier nenne. doch sag ich bin in die folge dann so aber ich weiß nicht wo die herkommen die sind die sind dort von oben gekommen dort wo ich dein glas hinsetzen will deswegen baue ich das jetzt nicht extra erst zu weil mir bezahlt kena die reparatur kosten dann das muss ich ja dann selber machen mir doch für allgemein sagt für alle allgemeinen sachen doch auch mit und trotzdem mache ich sie das ist halt jetzt auch so eine faulste ausrede ever finde ich nicht zum beispiel meine für die drei vier die du dir von mir genommen hast hast du doch auch oder habe ich doch auch fahren müssen weil zu meinen argument ist doch auch scheißegal dann gebe ich sie dir wieder meine güte aber darum geht es ja jetzt auch nicht ich glaube ich bin bis in jedem projekt doch nicht so stur doch das dann kommt drauf was dein du in dem blatt nur was zum glück habe ich mal tue ich meine mal abspeichern kann das sein dass der die dings löschen tut die experience wenn blatt nun ist nee wenn wir sterben ach so ok dann ist es mir egal ich weiß ich eigentlich was ich machen wollte nicht mal wieder was ganz anderes ich würde sagen ich gehe mal raus und klatschen paar monster also muss ich eine andere folge eignen nervt nennen die hier heißt platten hast du das gehört ich habe gar nichts gehört ich bin tot daco bei mir am haus vorm haus ist ein blitz eingeschlagen und da sind über 25 mobs gespawnt scheiße fack mich mal ich bin tot hey wir sind gleich auf daco alter das war aber auf einmal laut ich muss das soundback definitiv wieder raus nehmen es tut mir leid aber ich feier das zwar so hart aber es geht nie anders also ich bitte dich jetzt gerade mal nicht in die mine zu gehen sonst die spawnt mein zeug ich kann da jetzt nicht runter und jetzt ist komischerweise alles wieder leiser der 2 hüttet mich ne also soundback bleibt definitiv draußen in dem projekt scheiße 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 ähm ne spinne ist gestorben und hat 10 eisen fallen lassen ist bei mir dasselbe ach du scheiße scheiße was hab ich hier für ein platt getroffen was hab ich hier für ein platt getroffen ähm du hast nix gesehen oder doch aber ich war voll dir volle herzen ein hit ja ach du scheiße kommt da weg kommt da weg frau aber monster daco ja mein ganzes inventar ist weg wie weg mein ganzes inventar ist weg wie weg mein ganzes scheiß inventar ist weg hä da liegt nix rum wo ich gestorben bin nein dying doing a blood moon result in complete deletion of inventory das komplette inventar wird gelöscht wow nein das ding kommt runter ne oh doch schhhhh ach du scheiße du brauchst mal ein ganzes schönes zeug der fragt mich mal du hattest kein ich hatte ne glück 3 unbreaking 3 effizienz 5 picke hallo ich doch auch ich hatte den chart des 5 aspe feuer aspekt 2 schwer ja gut also das ganze aufrüsten von den letzten 100 folgen gefühlt ist weg ahhh also ich steh grad bei mir im dachgeschoss und pümmel hier jetzt erstmal rum bis das Blatt und zu Ende ist ich doch auch ich doch auch oh mann das kann noch was werden nein schon wieder die one hittet mich die one hittet mich die one hittet uns alle und bei mir ist unten die Tür kaputt gegangen hab ich grad gedacht ne ich kann ich kann nicht mal respawn ich bin sofort tot wo respawnst du bitteschön in meinem Haus sind die gespawnt hä ein blödsack ist eingeschlagen und in meinem Haus sind die gespawnt hast du kein Dach doch klar ich hab da auch ein Dach und bei mir spawns auf dem Dach ne bei mir nicht ey äh ja ja das hat nichts mehr mit Minecraft zu tun geil ähm ja ach du scheiße du kannst dich wirklich nicht hinlegen was bringt das auch ich bin ja auf dem Server nur ich kann nicht respawn das kannst du kann ich nicht ja ich seh's ja du meinst das Viech steht auf meinem Bett drauf das ist ja schon über die Hälfte äh der Blattnummer ist schon vorbei über die Hälfte schon ich hab äh ich hab doppelt so viele Tote als ich im gesamten Spiel bisher habe ich hab diese eine Nacht gemacht ähm und your horde has des des desended upon Ike LP was eine Horde wurde zu Ike LP gesendet das ist immer wenn neben dir ein Blitz einschlägt und eine Horde mob spawnt ey ich bewege mich jetzt in meiner zweiten Etage die ganze Zeit hin und her damit ich nicht getroffen werde boah wir könnten höchstens versuchen in den Minenschacht runter zu rennen ne vergiss es ich komm nicht mal aus und selbst dort das wollen die auch ich versuch's jetzt ja Geronimo Geronimo huiii also ich bin unten im Minenschacht ne ne der Blitz kommt nicht bis hier runter Darko versuch in Minenschacht zu kommen ich kann nicht mal aus meinem Haus raus in meinem Haus auf meinem Bett steht das Viech oh ist gleich vorbei sind nur noch zwei Balken wieso ganz ehrlich da mal in der Abstimmung das Ding kommt wieder runter hehehe mit der anderen mit dem anderen Placken ist das unbesiegbar das ist ne ich hätte nicht gedacht dass die sogar so gut zusammenarbeiten das ist viel zu krass wo macht mein schönes Schwert du hast ne scheiß Worte im Pickel verloren wow ey Darko abgesehen von den Abbring war mein Schwert fertig für Neteroine Aufrüstung alles noch Back 2 Fire ist Back 2 Scherpen ist 5 alles außerhalb die Hypercut aber einfach alles trotzdem bist du nicht der Einzige der Sachen verloren hat und da reg ich mich ohne so krass auf gehts auch um die Relation hehehe außerdem ich lass mein Unmut nur raus du kochst innerlich auch nö ich sitz hier mit nem fetten Grinsen im Gesicht hehehe irgendwie hab ich das Gefühl du wusstest das und hast das einfach nur nein ich wusste es wirklich nicht aber auf jeden Fall im Mien-Schacht ist man safe der Blitz kommt nicht bis hier runter ich wohne im Mien-Schacht gekillt nur so nebenbei und hier unten spawnen nicht mal Mops ist ja gleich vorbei mit Blood Moon Jups the Blood Moon Fates Array now du kannst drauf kommen allerdings es ist zwar Tag aber da du ein Dach hast sind die Mops bei dir noch im Haus ja ich weiß ich hab ne Spinne ich weiß halt nicht jetzt über Regen immer noch Akku äh es ist kein Regen mehr es ist alles vorbei auch der Nebel ist nicht ey es regnet ich sehs draußen nein ich lauf grad draußen rum ich bin ja grad zu meinem Haus gelaufen es regnet nicht mehr du musst auf Respawn klicken damit das bei dir auch aktualisiert wird da ist ja echt Angst ach leck mich auf aber das machts doch auch wieder umso interessanter ich glaub ich hab nicht mal genug Deals wieder für ne komplette Wurst also wenn du das Ding unbedingt drin behalten willst dann aber auf jeden Fall auf sieben stellen wenn ich höre okay ach du meinst du jetzt mit der Nacht mit ja das kann ich machen das ist kein Problem da müssen wir nur warten bis die Aufnahme zu Ende ist außerdem es regnet trotzdem noch bei mir nein es regnet nicht ich frag mich was bei dir los ist es regnet draußen nein es regnet nicht Darku ich schick dir einen scheiß Green ich kann dir auch gern einen schicken außerdem was war das ich schick dir einen scheiß Green nicht vielleicht einfach nein ich hab dabei Blood Moon die ganze Zeit auch Regen gehabt es regnet hier nicht hier du stehst du im Regen? okay warte alt Druck da muss ich jetzt raus tappen ich guck dich nämlich sogar dabei an bei mir ist jetzt super Wetter war ein Bug guten Abend hi ey Darku wirste nix gut Justin Justin bitte noch nicht auf den Server komm ich muss noch ganz kurz was umändern ich möchte jetzt nur mal kurz wissen was was für einen Quatsch ihr macht okay? nix nix wir haben alle unser Zeug verloren dank Ikes beschissenste Idee ever und die wäre? wieso beschissenste Idee? das Ding geht das ist viel zu krass die Idee jetzt stelle ich es auf 3 Tage ne doch einfach doch jetzt hast du mich so durcheinander gemacht jetzt hab ich noch ein scheiß Schwert gebaut dann brauchst du sowieso ein neues ja aber ich hab noch eins naja verzauberste beide und wenn du Glück hast dann kannst du sie zusammen craften alter von meinen 35 Dias hab ich noch 3 äh Darku ich 2 ähm Ike ja ne warum habt ihr eure Sachen verloren wenn ich fragen darf das ja das erklären wir dir dann ich mach erstmal hier Aufnahmeende und ey warte in der Aufnahme das ist die ganze Zeit schon Rockstar dancing til I Drop My Love Is As Hard If My Homestik Love my stage is the then your party ever cuz b such why